ja das war die erste asoziale wo alles gut ciao kakao junge einen wunderschönen guten tag zu diesem einen point of view video heute fahren wir ein paar wunderschöne trails oder einen oder vielleicht zwei in diesen ideal standard wäldern ja und ich habe richtig bock schon lange nicht mehr gefahren wir gucken uns das ganze jetzt mal an und ja hallo auto und daher heißt es für uns heute wir werden ein paar trades fahren hier links zu sehen ist der rené erfährt noch nicht allzu lange mountainbike aber er hat definitiv ein handling dafür und ein gutes gefühl fürs fahrrad er macht seine sache schon mal gut hier auf diesen technischen enduro trails hat er auf jeden fall schon mal bewiesen dass er es gut kann wir steigen direkt jetzt mal ein in den flow in diesem trail viel spaß mit dem video die osmo action 4 ist auch wieder mit am start let's go so yo yo willkommen auf lustigen trails heute wird man nicht so viel gelabert heute wird gefahren es wird einfach nur ein bike video ohne großen tamtam diesmal das war richtig gut jetzt ja leute wir sind heute hier mitten im nirgendwo und macht tatsächlich mal wieder richtig spaß euch vielleicht auch mal zu fahren war es jetzt nicht so vollgas lasten jetzt oder einfach mehr so technisch durchsneaken fetzt auch das scheppert vollgas krass aber bockt wie die seuche das ist wieder meiner stelle des hassles boah junge leck mich am arsch oh gott hoch saat okay willst du mit schlau mal vor fahr mal vor fahr mal vor sicher drei ich freut aber gleich Policy hier Lieber Wow, alles gut? Alles gut? Scheiße. Alles okay? War aber schön abgerollt. Danke fürs Kompliment. War gut abgerollt. Wo waren sie jetzt gerade? Jetzt war es einfach mal schön. Ja, wir haben es drauf. Wir haben es auf Cam. Ja, stimmt ja, geil. Ich war jetzt bei dir hinten dran, dann wäre es okay, ich versuch es mal. Oh, das ist schon um einiges technischer hier, das Fahren. Aber auch das gehört dazu, Leute. Da mal hier runter zu kommen, auch wenn es ein bisschen nasty ist. Aber macht ja auch Bock. Irgendwas ist in der Speiche, oder? Da ist keine Zeit, hier drauf zu gucken. Oh shit. Scary. Wow. Steve, Alter. Ah, da geht's lang. Schick. Geil Mann. Sehr geil. Voll gut. Ja. Richtig gut. Auf in den nächsten. Absatz. Absatz des Todes. Oh, da musst du rein droppen. Ich habe abgezogen. Ich habe jetzt abgezogen. Da habe ich jetzt gerade noch so reagieren können. Zu weit hinter dir. Ja. Fetzt. Oh shit, ist das steil. Geil. Ja, hier geht's auch technisch weiter. Tatsächlich. Da kann man sich richtig schön runter sneaken. Das kommt hier. Das ist das Stage, was ich immer ein bisschen scheiße finde hier. Okay, das ist übel. Weil da habe ich immer Angst, dass es mir das Vorderrad fickt. Ja. Klar, das ist jetzt ein Stage, was jetzt sonderlich nicht so krass ist für uns erfahrene Biker. Aber ganz ehrlich, wir sind hier im absoluten Nirgendwo im Nirvana. Wenn hier was passiert, einer von uns beiden geht da kopfüber rein und es passiert was richtig dummes. Bis uns hier ein Sunny findet und bis wir da Hilfe geholt haben aktiv. Wow, das kann richtig lang dauern und dieses Risiko wollten wir uns definitiv nicht eingehen. Denn der Tag da war einfach zu geil und war einfach zu gut, um hier da Hals über Kopf noch eine Aktion zu probieren. Deswegen haben wir gesagt, nein, wir lassen das aus. Das mit den Querwurzeln ist nicht ganz so cool. Wir fahren einfach weiter, denn die anderen Stages sind auch noch ordentlich genug. Alter! Da musst du lupfen. Den mach ich nicht. Du hast es zu dir lassen. Ja. Jo. Das war die erste Asoziale. Hast du? Geil. Wow. Jo. Geil. Achtung das ist sau loose, Alter. Wow. Yes. Loose oder? mega das war schick das war richtig schick ja meine lieben leute das war es eine kurze trail ausfahrt hier mit dem rené und leute lasst mal ein paar likes von rené da er fährt noch nicht lange fahrrad und dafür aber richtig gut wir waren heute ein bisschen auf richtigen knackigen autotrails unterwegs wo es ein bisschen mehr technisch war und da hat auf jeden fall seine arbeit richtig gut gemacht ja leute ihr kennt das spiel in diesem sinne wenn es euch gefallen hat haut ein abo rein schaltet das glöckchen an schreibt einen kommentar das hält den kanal am leben und natürlich dass ich für euch weiter witzige videos produzieren kann heute war es wie gesagt nur ein bisschen radfahren pov muss aber auch mal sein in diesem sinne wir sind raus habt eine gute zeit bis zum nächsten streifen peace